Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Annalena Knors. Ich arbeite freiberuflich als Museumsberaterin und Mediatorin und wir arbeiten in Museen daran, noch zugänglicher zu werden vor den Kulissen und auch hinter den Kulissen und das Thema Zugänglichkeit dann auch langfristig und strategisch als Querschnittsaufgabe zu integrieren. Denn worum geht es? Es geht um ein schönes Museumserlebnis, um einen runden Museumsbesuch von der Website bis zum Museumscafé. Heute werden wir uns vor allem mit dem Publikum beschäftigen, mit dem Bereich vor den Kulissen und im weiteren Verlauf des Videos auch ganz konkret mit der Gruppe der Menschen mit Behinderung, also der Fokus Behinderung und welche Auswirkungen er auf den Museumsbesuch hat. Was haben wir konkret vor? Wir schauen uns zunächst den großen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang an. Dabei werden wir vor allem zu den Begriffen Diversität und Inklusion kommen und anschließend werden wir immer stärker hineinzoomen ins Museum als Organisation und als Ort für BesucherInnen und für ein schönes Museumserlebnis. Und abschließend werden wir noch ein bisschen weiter hineinzoomen und uns dem Thema Behinderung und Barrierefreiheit widmen. Noch ganz kurz zu meiner Person. Ich selbst bin fast ganz blind. Es kann also sein, dass ich nicht immer ganz zielsicher in die Kamera flicke. Hier in Deutschland gibt es den Slogan Kultur für alle oder in Bezug auf Museen gesprochen Museum für alle. Es gibt den Anspruch von außen, dass Museen der Öffentlichkeit zugänglich sind, dass sie im Sinne aller sammeln, bewahren und ausstellen. Und es gibt vielleicht auch von innen den Anspruch zu sagen, von ganzem Herzen versuchen wir das, für alle etwas zu ermöglichen, einen schönen Museumsbesuch mit spannenden Inhalten. Aber was bedeutet das, dieses für alle? Wir schauen uns noch einmal zwei Begriffe näher an. Zunächst den Begriff der Diversität. Wir Menschen haben vieles gemeinsam, aber es gibt auch einige Merkmale, die uns voneinander unterscheiden und das ganz wertfrei. Es gibt Merkmale, die sich kaum verändern lassen, so etwas wie Geschlecht oder Hautfarbe. Es gibt Merkmale, die nur zeitweilig bestehen oder durch Veränderungen eintreten, wie Elternschaft beispielsweise oder eine Erkrankung. Es gibt Merkmale, die sichtbar sind, wie zum Beispiel die Körpergröße. Es gibt Merkmale, die unsichtbar sind, wie beispielsweise eine politische Einstellung oder Einkommensverhältnisse. All das ist relativ. Merkmale wie Geschlecht oder Hautfarbe lassen sich bis zu einem gewissen Grad verändern und auch unsichtbare Merkmale, wie die politische Einstellung, lassen sich durch Symbole nach außen tragen. Aber es gibt diese Merkmale und aus diesen Merkmalen oder auch Erfahrungen erwachsen unterschiedliche Bedürfnisse. Auch unterschiedliche Bedürfnisse an einem Museum. Es gibt tatsächlich Faktoren, die aus diesen Bedürfnissen erwachsen, die einen Museumsbesuch begünstigen, erschweren und sogar verhindern können. Da werden wir im weiteren Verlauf des Videos noch einmal näher hinschauen. Es gibt keine allgemeine Definition von Diversität, aber ich habe Ihnen eine Definition mitgebracht, die mir persönlich sehr gut gefällt. Sie ist sehr neutral und stammt von einer Soziologin von Andrea Bührmann. Sie spricht hier von mehreren Dimensionen von Diversität und besonders von ihrem Verhältnis zueinander. Also, dass Diversität vor allem dadurch entsteht, dass ein Unterschied besteht zwischen beispielsweise Hautfarben oder Körpergrößen. Erst durch den Unterschied entsteht der Diversität. Und in meiner Arbeit verstehe ich Diversität sehr wertfrei. Weder gut noch schlecht. Sie besteht und es gibt Bedürfnisse, die sich im Laufe unseres Lebens aus dieser Diversität, aus diesen verschiedenen Merkmalen ergeben. Ein weiterer Begriff, der mit dem großen Thema Gesellschaft zusammenhängt, die ja auch Museen umgibt, ist der Begriff der Inklusion. Hier in Deutschland ist der Begriff im Moment noch recht stark mit Menschen mit Behinderungen verknüpft. Das hat sich vor allem durch die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ergeben. 2006 verabschiedet, auf Seiten der Vereinten Nationen. Und 2009 hier in Deutschland ratifiziert. Das bedeutet, dass die Konvention, dieser menschenrechtliche Vertrag, in geltendes nationales Recht übertragen wird. Dies betrifft auch den kulturellen Bereich in Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Der Begriff wurde hier in Deutschland zuvor nicht mit der Gruppe der Menschen mit Behinderungen verknüpft, sondern eher in sozialwissenschaftlichen oder soziologischen Zusammenhängen genutzt und beschrieb einen sozialen Mechanismus des Einschlusses. Auch in Kombination mit dem unweigerlichen Gegenbegriff der Exklusion des Ausschlusses. Also sehr neutrale Begriffe. Auch international ist der Begriff in vielen Sprachen nicht mit Menschen mit Behinderungen verknüpft. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Einschluss. Wenn er tatsächlich Einschluss bedeutet, dann denke ich, sollte er auch auf alle Menschen übertragen werden und eher im Sinne einer Haltung beleuchten, wer aus welchen Gründen, in welchen Momenten Zugang hat oder keinen Zugang hat. Und auch zunächst zu versuchen, Zugang für alle zu ermöglichen. Und zunächst davon auszugehen, dass alle Bedürfnisse an den Zugang gleichwertig sind. Das bedeutet nicht, dass diese Bedürfnisse gleichermaßen erfüllt werden können. Da werden wir auch gleich noch einmal darauf zu sprechen kommen. Denn sie haben nicht unendlich viele Ressourcen, um Bedürfnissen zu begegnen. Aber Inklusion im Sinne von Haltung, Gleichwertigkeit aller Bedürfnisse, die an einem Museum bestehen können. Im ersten Schritt. Ich habe Ihnen auch hier eine Definition mitgebracht, einer Soziologin von Gudrun Wansing. Sie beschreibt Inklusion als ein universelles menschenrechtliches Prinzip des sozialen Zusammenlebens, das uneingeschränkt für die gesamte Bevölkerung und für alle Gesellschaftsbereiche Gültigkeit hat. Dies betrifft auch den Museumsbereich. Welchen Zugang ihr Publikum zu ihrem Museum hat, entscheidet ganz stark darüber, wie relevant es letztendlich ist. Wenn ich mich nicht orientiert, nicht satt, nicht inhaltlich inspiriert fühle, dann komme ich vielleicht erst gar nicht, weil ich nicht planen kann. Ich fühle mich nicht wohl und sicher vor Ort und ich werde ihr Museum nicht weiter empfehlen. Aus diesem Grund ist es wichtig, ihr Publikum und auch das potenzielle Publikum in den Fokus ihrer Arbeit zu stellen. Um von der Website bis zum Museumscafé ein rundes, schönes Museumserlebnis zu entwickeln, verwende ich den Begriff der Reise, der sogenannten Visitor Journey. Es geht darum, im Ablauf eines solchen Museumsbesuchs Lücken zu erkennen und falls es sie gibt, sie auch zu kommunizieren. Wenn ich Interesse an einem Museumsbesuch habe und beispielsweise mit einem kleinen Kind unterwegs bin, das noch gewickelt werden muss, also auf einen Wickelraum angewiesen bin, dann suche ich im Vorfeld meines Besuchs nach Informationen. Gibt es diesen Wickelraum und wenn ja, wie kann ich ihn nutzen? Wenn ich diese Informationen auf ihrer Website nicht finde, kann es sein, dass wenn ich sehr interessiert bin, anrufen würde in ihrem Museum. Wenn aber auch dort mir keine Information gegeben werden kann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich andere Pläne verfolge und sie als Museum erfahren nie, dass ich sie beinahe besucht hätte. Ein ähnlicher Fall, ich habe großes Interesse eine Veranstaltung bei ihnen zu besuchen und bin auf eine Induktionsschleife angewiesen, wo ich mein Hörgerät einklinken kann zur Verstärkung des Tons. Sie haben auf der Website die Information, dass sie eine Induktionsschleife in ihrem Veranstaltungssaal installiert haben und ich komme zu Besuch. Und vor Ort stellt sich aber heraus, dass die Induktionsschleife seit zwei Jahren kaputt ist. Auch hier würde sich ein frustrierendes Erlebnis ergeben. Es ist also von großer Bedeutung, ein Museumsbesuch als Ablauf einzelner Elemente, Stationen dieser Reise zu verstehen. Lücken, wenn es sie gibt, zu erkennen und zu kommunizieren. Erst so kann ich im Vorfeld einen Museumsbesuch gut planen. Erst so kann ich mich vor Ort gut orientieren und alles genießen. Und erst so kann ich weiterempfehlen. Einen Aspekt eines vielfältigen Publikums werden wir uns nun etwas näher anschauen. Das ist der Aspekt Behinderung. Hier in Deutschland liegt eine Behinderung dann vor, wenn eine Person auf körperlicher, kognitiver oder Sinnesebene von einem in Anführungszeichen Normalzustand abweicht. Und wenn dieser Zustand nicht veränderbar ist, also nicht korrigierbar und länger als sechs Monate andauert. Es gibt noch einen weiteren Begriff in diesem Zusammenhang. Das ist der Begriff der Barrierefreiheit. Barrierefreiheit bezieht sich auf die Gestaltung von Dingen. Hierbei ist beispielsweise die Natur ausgenommen. Dinge können Produkte sein, Dienstleistungen, aber auch ein Museum. Und dieses Museum muss, wenn es barrierefrei ist, von Menschen mit Behinderungen auffindbar und nutzbar sein. Ohne fremde Hilfe und in der allgemein üblichen Form. Das sind gesetzliche Definitionen und es ist unglaublich wichtig, dass sie auch in dieser Form bestehen. Für den Museumsbereich sind sie jedoch nicht ganz stimmig. Denn wenn ich beispielsweise mit einem Kinderwagen in ihr Museum komme, dann habe ich temporär, weniger als sechs Monate, die gleichen Bedürfnisse wie eine Person, die einen Rollstuhl nutzt in Bezug auf Stufenlosigkeit oder die Türbreite. Oder ich habe eine Krebserkrankung überstanden. Ich gehöre also definitorisch zu der Gruppe der Menschen mit Behinderungen. Aber auch hier stellt sich die Frage, welche Relevanz hat diese Zugehörigkeit für meinen Museumsbesuch? Hinzu kommt, dass wir als BesucherInnen, als Publikum auch nicht nur ein Merkmal haben, was für einen Museumsbesuch relevant ist. Also nicht nur mit einem Kinderwagen unterwegs sind, sondern vielleicht zusätzlich noch schlecht hören können oder in einem gewissen Alter sind oder eine Sprache nicht sprechen. Vielleicht reicht in diesem Fall tatsächlich die Zugehörigkeit zu einer Gruppe nicht aus, um den Museumsbesuch in dieser Komplexität zu betrachten. Aus diesem Grund nutze ich in meiner Arbeit die Kategorien Sehen, Hören, Verstehen und Bewegen im weitesten Sinne. Dabei orientiere ich mich in den einzelnen Kategorien an Personen, die eine Einschränkung in diesem Bereich haben, um auch die Bedürfnisse dieser Gruppe mit einzubinden. Beispielsweise in Bezug auf kontrastreiche Gestaltung in der Kategorie Sehen. Es gibt hier einen sogenannten Leuchtdichtekontrast, der Menschen, die eine Seheinschränkung haben, bei der Orientierung dient. In diesem Fall würden wir uns an diesen Leuchtdichtekontrast, an diesen gemeinsamen Nenner orientieren. Es gibt aber auch Bedürfnisse, die so sehr von den Bedürfnissen anderer Gruppen in dem Moment abweichen, dass es wichtig ist, ein zugeschnittenes Angebot zu entwickeln. Beispielsweise, wenn jemand auf eine fremdsprachige Übersetzung angewiesen ist oder eine Übersetzung in Gebärdensprache oder wenn BesucherInnen blind sind, ist es eine Möglichkeit, mit weniger Tempo durchs Museum zu gehen, mehr Raum für Austausch und sinnliche Erfahrungen zu geben und auch die Orientierung zu unterstützen. Um eine angenehme Visitor Journey für möglichst viele Personen entwickeln zu können, ist es wichtig, klare Entscheidungen zu treffen. Für wen können Sie welchen Zugang ermöglichen? Welche Ressourcen haben Sie dafür? Erst wenn Sie entschieden haben, für wen Sie zugänglich sein möchten und wissen, welche Ressourcen Ihnen dafür zur Verfügung stehen, erst dann können Sie mittel- und langfristig planen und die Visitor Journey in Ihr Management integrieren. Erst dann können Sie sich um weitere Ressourcen kümmern, die Ihnen noch für die Umsetzung fehlen. Es braucht also eine Strategie. Um das Thema Barrierefreiheit als dauerhafte Querschnittsaufgabe zu verankern, kann es hilfreich sein, das Thema auch in Teamsitzungen zu integrieren. Ich habe Ihnen als Bild, als Bild für die Querschnittsaufgabe, etwas mitgebracht. Das ist ein sogenanntes Faltmandala. Dünne Drähte sind mit Perlen verbunden und ergeben ein ästhetisches Ganzes, eine Kugel. Damit am Ende eine runde Sache entsteht, arbeiten verschiedene Abteilungen zusammen, damit am Ende dieser Eindruck entsteht. Aus bestimmten Gründen wird es Lücken in der Visitor Journey geben, weil es Auflagen gibt von Seiten des Denkmalschutzes, weil Sie nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung haben oder weil Sie sich in Bezug auf die Verteilung von Ressourcen entscheiden müssen. Was Sie aber auf jeden Fall jetzt und immer tun können, ist über Barrierefreiheit zu kommunizieren. Was vorhanden ist, was noch geplant ist, erst so wird ein Besuch möglich. Sie können nicht alles über die Bedürfnisse Ihres Publikums und auch Ihres zukünftigen Publikums wissen. Unabhängig von dem Aspekt Behinderung ist es daher wichtig auch Kontakt aufzubauen zu diesem Publikum. Denn erst wenn Sie richtige Fans Ihres Museums haben, erst dann wird dieses Publikum auch bereit sein, ehrliches Feedback und konstruktives Feedback zu geben. Treten Sie daher in Dialog. Beispielsweise können Sie auf Menschen mit Behinderung zugehen, mit ihnen über ihre Bedürfnisse sprechen, auf Selbsthilfeverbände zugehen und in Austausch treten. Und auch wenn Sie jegliche Veranstaltung oder partizipative Angebote planen, auch den Aspekt der Barrierefreiheit immer mitzudenken. Zu schauen, gibt es vielleicht eine Induktionsschleife vor Ort? Können wir darüber kommunizieren oder können wir unser partizipatives Angebot auch an einem Ort stattfinden lassen, der stufenlos erreichbar ist? Barrierefreiheit ist also kein Randthema, kein soziales Engagement. Die Kategorien sehen, hören, verstehen und bewegen beeinflussen einen Museumsbesuch ganz wesentlich. Sie können ihn begünstigen, erschweren und verhindern. Es ist spannend immer wieder die Perspektive des jetzigen Publikums und auch des zukünftigen Publikums einzunehmen und zurückzutreten. Es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Erst dann kann Barrierefreiheit kurzfristig, mittelfristig und langfristig in Ihr Museumsmanagement eingebunden werden. Manche Umsetzungen sind kostenneutral. Manche bedürfen einer größeren Investition. Aber auch wenn Sie hier wissen, was Sie möchten und was Sie dafür brauchen, dann können Sie auch diese Investitionen gut planen. Probieren Sie aus. Gehen Sie manchmal einen Umweg. Lassen Sie sich inspirieren und setzen Sie Ihr Publikum ganz in den Fokus ihrer Arbeit.